Wenn Sie sich angemeldet haben auf antenne.voll.at, dann kann es daraus sein, dass Sie jetzt gleich in den Genuss von leckeren Ripplen kommen. Es ist nämlich der Antenne Vorarlberg. Barbecue Mittwoch und die Tanja spielt Glücksfee. Ich freue mich auf Sie, das mache ich mal erlebst. Und gewonnen hat die Firma Zweirad Leutz in Lautera. Ja und die Belegschaft von der Firma Leutz hat jetzt genau fünf Hits am Stück Zeit bei uns anzurufen. Wenn sie das tut, dann gibt es leckere Ripplen. Hallo, da spricht der Stubi. Wer spricht dort? Ja hallo Bernd und herzlichen Glückwunsch. Es gibt Ripplen für die ganze Firma. Abonniert und herzlichen Glückwunsch Untertitelung des ZDF für funk, 2017